hallo und herzlich willkommen zurück bei shadow hearts from the new world wir müssen mal wieder nach dem johnny sehen denn ich glaube es ist soweit wir haben die drei schon für dieses genau 10 11 12 13 jetzt das war der 14 15 16 17 okay wir haben hoffe ich mal warte mal 18 ist jetzt das dann müssten ja noch acht bis 26 oh ok warte mal sind 18 18 19 20 1 seiner streite 400 26 doch klar dann passt okay gut wir sind jetzt nur auf der suche nach dem ausgang wir gehen jetzt nur nach links immer noch ich habe mich ein bisschen veräppelt gerade ok also gehen wir jetzt nach unten kann das sein dass wir jetzt einfach im kreislauf wie in so eine spirale hä also jetzt wird es aber komisch wartet mal ach wir sind wieder am anfang ne sind wir gar nicht naja wir gehen mal geradeaus wir gehen doch nicht geradeaus achso ok kennen wir die alle wirklich schon nach meiner berechnung dann geht es jetzt mal ab hier kombo mäßig ist der la magie wir machen gerade was sind die alle für ein ding wind ach dann finden wir hier die schon naja glaube ich auch ja ich höre wie sie da du bist dran was machen wir mit dir jetzt ach die sind ganz oben oh Ah, schade, schade, schade. Combo-Magic. Direct. Leider nur Direct. Oh, Area. Tempest. Entra, schade, schade. Boah, das ist ein Haufen gewesen. Schock auf eine andere Wendung für mich! Gehen wir uns wieder links lang? Ja, jetzt sind wir doch hier! Könnte ein langer Weg werden hier. Eigentlich wollte ich heute noch Atomikat aufnehmen, aber irgendwie glaube ich, dass Atomikat morgen später kommt, weil hier kann man ja nirgendwo speichern. Wie soll ich da auch gehen? Wie soll ich da gehen? So, Mau macht jetzt Kombo. Oh Mau, das war ganz, ganz schlecht. Für Bilder. Sehr schön. Der Ricardo hat noch nicht so viel. Leider. Was macht man denn? Was macht man denn mit? Ach komm, das Vieh können wir auch so umbringen, das geht schon. Oh. Oh. Uh 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 oh. So. Wie scheiße du bist. Jetzt habe ich grad voll gespart und jetzt kommt der und macht so Mist. Okay, sie leben beide noch. Status. Wer ist denn als nächstes dran? Für die Heal da. Okay, jetzt haben wir nur noch Mau. Kannst du vielleicht auch Heal? Habe ich dir Heal gegeben? Ach ja, ich habe dir Heal gegeben. Aber das ist doch mal schön. So. Oha, das fiese Bauer. Wann ist das denn mal dran? Das ist hier überhaupt nicht dran. Wie ist auch einfach so unverschämt gelb leuchtet? Ich bin so eine andere Person, wenn ich diesen Klub benutze. Ja gut, Ricardo. Es ist ja gut, dass wir den jetzt haben. Jetzt herausgeholt haben. Healing. Ricardo, du bist dran. So, wir kamen von da, oder? Dann gehen wir jetzt wieder links. Im besten Fall, ja. Auch Nathan ist hier. Das ist ja interessant. Okay, gut. Äh, Item. Ich muss es tun. Wir müssen es alle tun. Ich hätte es nicht mehr ausgerüstet, Mist. Hätte ich das vielleicht tun sollen. Oh, oh, oh. Okay, look over here. Smile and say cheese. Ich hoffe, ich habe es nicht mehr ausgerüstet, Mist. Also geht es nicht mehr ausgerüstet. Ich tue alles ausgerüstet. Das Handy ist toll, Mist. Ich mache es nicht mehr ausgerüstet, Mist. Ich mache es nicht mehr ausgerüstet. Ich mache es den Zellen. Ok, jetzt meine Zeit, ich mache es trotzdem. Ich mache es aufgerüstet. Ich mache es nicht mehr ausgerüstet. Die krassesten Special Attacks Oh na, Riccardo Hab ich ja immerhin noch nie gemacht Focus! 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 Oh no! What are you stronger? For the next turn only Okay Das ist Special, girl Das können wir leider nicht Rage, girl's letter Das ist Rage Ich hoffe einfach mal, dass das Special ist Das war Special Das war Special Ich glaube ich oben Dann nehmen wir am Besten Mamao Wir könnten ihn wieder nach unten schmeißen Komm, wir schmeißen ihn mal wieder nach unten Jetzt ist es eigentlich egal, was wir machen Oh, Grand Slam kann ich nicht machen, das ist so schade Und ich nehme den Letzige Letzige Not Um Feuer, Wasser, Erde. Juck, nix. Okay. Achso, ist ja klar. Fire. Ach, du Heiliger. Ich hab gar nicht getrug, wie es heißt. Wie heißt es denn überhaupt nicht viel? Dreck. Ach, du Scheiße. Hier ist es. Hier ist es. Das war's für heute. Hier geht's! Oh, God! All-Alleys hat er sogar auch! Warum geht das nicht? Ach so! Ah ja, nee! Okay! Dreck! Boah, wie er ihn einfach ausgewählt hat! Boah, ist das gefährlich hier! Ähm... Fokus! Fokus! Boah! Oh, no! Boah! 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 Das war's für heute. 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 Ich hab Angst gehabt. Ich geb's zu. Focus, focus! Focus! Oh, no! No! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh! Oh Gott! Oh, Simon sieht's gut, hirn! Oh Gott, wir haben's geschafft! Oh, der Arme! Wie er einfach nichts kriegt. Johnny, es tut mir leid. Es sieht aus, als ob du mich gerettet hast. Ich wurde bei einer extremen Apathie irgendwie... äh, berauscht. Und ich konnte von hier nicht weg. Ich frage mich, ob das Bild einen seltsamen Fluch in sich trägt. Das fragt er sich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Ich glaube, das Beste ist, dass wir weitermachen. Was fliegt hier rum? Irgendwas fliegt hier rum. So. Ich würde sagen, wir tauschen mal unser Battle-Team aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Idee ist. Aber wir tauschen Mao aus. Ne. Wir tauschen Kirby Hilde aus. Ähm. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was noch kommt. Bis dann. Tschüss.